Wenn wir uns kurz vorstellen sollen, sind alle gleich voll umgehauen. Unser Team dynamisch jung und leidet jeden dazu. Wir suchen Techniker, Mechatronik, Kältelektriker. Weil es wird es besser sein, denn du wirst es so lang. Zwischen Kuh und Technik, ganz versteckt von unserer Leistung, ganz erschreckt. Machen Sachen wunderbar, denn das ist doch wohl klar. Wir suchen Techniker, Mechatronik, Kältelektriker. Bald wird es besser sein, denn du wirst es so lang. Der Robot ist ein Teil von uns, den zu betreuen noch keine Kunst. Im Lehrgang wird's fleißig und know-how, machen wir dich drauf schlau. Wir suchen Techniker, Mechatronik, Kältelektriker. Bald wird es besser sein, denn du wirst es so lang. Kältern lang groß mit voller Kraft, dadurch das Hirn mehr Wachstum schafft. Denken wir dir hier auch herbei, komm einfach bei uns rein. Wir suchen Techniker, Mechatronik, Kältelektriker. Bald wird es besser sein, denn du wirst es so lang. Der Notdienst für dich kein Problem, man wird dich bald als Held hier sehen. Mit großem Auto und Geschick, die Störung ist schnell weggeklickt. Wir suchen Techniker, Mechatronik, Kältelektriker. Bald wird es besser sein, denn du wirst es so lang. Bewirb dich schnell noch heute jetzt, dass ich stelle, bleibt nicht unbesetzt. Wir freuen uns schon so sehr auf dich, das ist ja großartig. Wir suchen Techniker, Mechatronik, Kältelektriker. Bald wird es besser sein, denn du gehörst hier rein.